warum ja weil ich wieder ein vieles buch so ein teil bauen muss ja ich schicke dem holz wo er am anfang ganz am anfang gespawnt seid ja wo welcher richtig gespawnt also wenn ihr die welt generiert habt als ihr das erste mal gespawnt habt ist das hier gewesen ja ja mitten in der wand weil das herz liegt irgendwo am spawn rum wo man also wo die welt generiert wurde und wo man dann spawnt direkt über dem portal hängt das das hat das herz ja das hängt hier direkt über dem portal normalerweise kommt das zum spawn ich hab's ja okay kannst du mir das bitte geben sendest du mal im briefkasten rein und wer hat jetzt das ende mitgenommen ich hab das danke schön und kann es pissen und so wieder aus meinem briefkasten raus ne gerade nicht bringt das ende weg vor böse buben sicher mal ein safe bringen warum ist vtf dahinten bei dem mob spawner bin da unten drunter und schmelzt unser draconium da unten drunter steht nachher mein mann damit kann so fünf stext draconium auf einmal schmelzen ganz angenehm ja das einzige problem seit dass der drei jahre zum ausgießen braucht noch mal so ein teil bauen hoch rein über die portal welt kannst gleich in das end reinkommen das eine wasser was eben noch leer war lalalalalala ja genau das da steht ja auch drauf lol das ist gut intel server error bei mir lol ja hallo intel servererror kam gerade ja recht weil sie rechtsklick mit einer spitze auf den scheiß testen gemacht habe ja dann passiert also ja dann passiert das auch das gleiche wenn du aufs system irgendwie komisch drauf drückst mit irgendwas das darf aber nicht passieren wenn das jetzt mal passiert geht doch über löcher lassen und tschüss centos mich hören die zum glück noch das ist sein name das hat den namen gleich wieder da das ist wenn centus nur ein ping von 50 an der leckte ich habe ein ping von über 600 und ich kann frei sprechen das set man op leitungen sind scheiße falschen boss ich komme jetzt auch hin weil ich mir jetzt hier die bienen hole so diese sachen dass ich mal hier keine ahnung was das kann hier ist das bienen ding nochmal zum zum habe ich das schon mal alles durch geschmolzen lenni hast du hey im e-system er hat gesagt hey im e-system er meint nicht dich vielleicht ja manche wer was von dem e-system haben will vielleicht von lenni war dabei es kommt wieder noch zehn blöcke dann bin ich durch das kannst du mich bitte mit meinem namen ansprechen danke sehr das ist dass du ein arschloch bist oh wo du geschützt im e-system und wer hast du denn mit her ähm knapp 30 also 36 und 16 wo war das da 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 36 und 12 und wo hast das ganze grad chromium eigentlich her aufgegessen wo hast das her aufgegessen so welches buch ist portal wird portal welt ja genau ja und dann ist da end ding uns ja und dann ist da end ding uns ja und dann ist da end portal oder end 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 warum hast du die blöcke also warum hast du sie eben hätt ich gemacht centos weil ich das noch ändern werde da ok lenny an tag 1 Wenn man einfach so einen Pfeil anmacht, dass man da hochwandlaufen kann. Du musst einfach das ganze Redstone verdecken. Boah, Schnauze. Halt's Maul, Enderman. Du darfst einfach das ganze Redstone verdecken? Oder funktioniert das? 4 gegen 1, hallo? Polen-Klatschi, oder was? Was, Polen-Klatschi? Oh, die hauen mich voll stark. Ja, oder? Wir hoffen jetzt Seven Days to Die. Oder mich bist du auch Seven Days to Die. Ich kann so ein Zweier-Pack kaufen. Ja, schenk's mir das. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube nicht. Schau doch eigentlich. Äh, aber hast du End-Dinger da, Black? Wenn du mir dann irgendwann mal ein Spiel für 9 Euro schenkst, bitte sag Bescheid. Hab hier. Natürlich mach ich das. Was? Du meinst so wie betonen? Ja, genau wie betonen. Ja, ja, Nila betunktet. Ja, ich hab's hier bei mir. Und da bin ich wieder. Soll ich das abbauen, oder hast du ne Fortune? Nein, nein, lass, 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 ich hab Fortune. WTF? Ja? Die auf Spirit? Ähm, ich bin bei X 34 und Y 52. Weiß ich nicht, das ist das Problem nämlich. Einen Moment, ich baue noch eben unser komisches Draconium Ding hier fertig und dann komme ich. Ja, ich muss das eh erstmal noch aufbauen. Äh, X 34? Hast du noch nen Beacon? Z 52. Ich könnte bestimmt einen, äh, Black hast du alle Nether Stars genommen? Ja. Und? Ich brauch nämlich einen Beacon noch. 4 und 30 und Y und was? Äh, 52. Ähm, so. Ach, ich hab's gefunden, hi. Wo ist das? Hier. Danke. Ja. Eins, zwei, zwei, vier, fünf. Hier ist noch eins hinten bei mir. Neun. Ja. 9 mal 9 ist die Fläche, okay. hier hinten ist noch eins bei mir ist unten drunter da hinten ist noch was da sind noch mal zwei stück ich wollte eine mondrace machen aber wäre auch egal mit mir glück hier mondrace bist du auch nirgendwo ich sag dir doch zählt auch wenn du nur rein crasht guck ob er nicht mal ansatzweite bist du nicht mal gesagt du bist reingeflogen ich hab mir ein bisschen dingens ein bisschen ja alter nur einmal biene boah richtigen anfall boah portcreeper vermisst ich das hier hinten black bei mir sind auch noch zwei nice oh da drunter waren noch mal zwei wenn ich noch zwei habe also wenn das genauso ist wie das mal war weil mit amethyst rüstung ist man wenn man komplette set hat eigentlich unsterblich also man kann gar nichts haben bekommen also dafür will ich nicht die rüstung haben die rüstung haben hier 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 gut ne holen bitte energy ball ich geh grad vor die frischen ja guck mal vier stück oh krass so zentrums ja ja lehy musst du noch anschließen ne ist wo geht es um Nein, ich muss das erstmal noch alles aufbauen Dauert noch mal mit Beacon hast du mitgemacht? Ja? Beacon hast du mitgemacht? Ich gehe mal nach unten und gucke, ne? Hier, Blackback, hier unten drunter ist noch mehr Guck mal Warte mal, kann das sein, dass hier diese Obsidian-Säulen auch noch sowas enthalten? Oh nein, eine Oblivion-Biene!